Mein Name ist Lena Wenger, ich besuche das Kunstgynasium mit Schwerpunkt Grafik in Meran und ich bin ehrenamtlich bei der katholischen Jungschar City Rolls tätig. Ich habe die Gegenwart Gottes eigentlich immer im Begegnung mit Menschen gespürt, im Zusammenbeten, im Zusammenerleben, im gemeinsamen Feiern, einfach überall, wo man mit Menschen zusammen die schönen Momente teilen kann. Gott war für mich in meinem Leben immer eine konstante und wie ein stetiger Beschützer und eine wohltuende Präsenz in meinem Leben, die ich immer gespürt habe und immer wie eine schützende Hand in meinem Leben an meiner Seite gespürt habe. Ich arbeite mit Kindern zusammen, vor allem in der kirchlichen Jugendarbeit und ich kann meinen Glauben und meine Werte an Kinder weitergeben und sie zusammen mit Kindern erleben und das ist eines der schönsten Sachen, die ich machen kann. Schwerpunkt Grafik im